Im Namen Gottes des Barmherzigen des Alabamers. Sehr verehrte Musliminnen und Muslime, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben zwei wichtige Festtage im Jahr, das Ramadanfest und das Kurbanfest. Kurbanfest ist das Fest der Annäherung. Wir nähern uns mit unseren Gaben, mit unserer Aufopferungsbereitschaft unserem Schöpfer. Wir geben etwas von unserem Hab und Gut ab. Wir geben etwas, was für uns wichtig ist, ab, um Gott näher zu werden. Aber Gott braucht unsere Hilfe nicht. Deswegen tun wir das, indem wir der Menschheit helfen. Und so haben wir als Hausaufwand seit mehreren Jahren, wir sind im dritten Jahr mittlerweile, uns zum Ziel gesetzt, dieses islamische Fest interreligiös, gemeinschaftlich zu feiern. Diese Ziele, die wir mit dem Kurbanfest uns auferlegt haben, gemeinsam zu erfüllen. So haben sich in den vergangenen Jahren auch Nichtmuslime daran beteiligt, haben vegetarische Hilfspakete, aber auch Kurbangaben gespendet, um Menschen in Afrika zu helfen. Es gibt sehr viele Orte, wo man helfen kann. Wir haben uns vorerst mal einen Ort ausgesucht, mit dem wir schon in Kontakt waren. Menschen, mit denen wir lange Zeit Erfahrungsaustausch hatten. denen wir helfen wollten, die wir als Helden bezeichnet haben und verstanden haben. Der Imam, der Kardinal und der Pastor in Zentralafrika, in Bangui. Sie hatten trotz der Gefahren in ihrem Land, trotz der Bedrohungen, haben sich für den interreligiösen Dialog und für den Frieden eingesetzt. Und deswegen haben wir sie als Helden verstanden, wollten von ihnen lernen und wollten ihr Anliegen vor Ort unterstützen. Das ist eine langjährige Kooperation und deswegen haben wir auch gesagt, ja, warum helfen wir diesen Menschen, den armen Menschen in Zentralafrika nicht durch Spenden. Anlässlich des Kurban-Festes war ich persönlich letztes Jahr vor Ort, habe all diese Spenden begleitet. Es war erfreulich zu erfahren, dass sehr viele Menschen dafür Interesse gezeigt haben, Muslime und Nichtmuslime. Sie haben gespendet, sie haben Menschen geholfen und diese Hilfen haben wir nicht nur an Muslime, sondern allen Menschen, allen Bedürftigen weitergegeben. Wir haben Kirchen besucht, Moscheen besucht und ein Krankenhaus. Unsere Partner haben uns dabei begleitet, aber all das könnten wir gar nicht schaffen, wenn die Hilfe von Doha Association und der Peace Academy in Bangui nicht da wäre. Sie haben uns geholfen, Menschen zu helfen. Deswegen danke ich ihnen, aber vor allem auch Time to Help. Time to Help hilft uns professionell, Spenden zu sammeln und in diesem Jahr haben sie sogar nicht nur uns dabei geholfen, sondern auch mit eigener Spende, mit eigenen Spenden sich daran beteiligt, sodass wir uns freuen, in diesem Jahr mit rund 350 Kurbandgaben Menschen in Zentralafrika helfen zu dürfen und natürlich mit weiteren vegetarischen Hilfspaketen. Danke an alle. Ich danke auch an alle, die aus religiöser Motivation oder auch durch weiteren Motivationen, aus Solidarität sich daran beteiligt haben. Ich glaube, all diese Möglichkeiten, diese Festlichkeiten, die bringen uns näher, die schweißen uns zusammen und sie tragen für den Frieden bei. So hoffe ich, dass der Frieden auf der Welt sich etablieren wird. Leider können wir in diesem Jahr nicht an diesen Aktionen persönlich teilnehmen. Wir können diese Kurbandgaben nicht begleiten und diese Spenden nicht eigenhändig verteilen. Aber all diese guten und schönen Menschen, die uns ja auch in den letzten Jahren geholfen haben, sie haben in diesem Jahr uns zugesichert, dies mit gleicher Vorsorge und Fürsorglichkeit auch in diesem Jahr zu machen und zu übernehmen. Ich wünsche allen eine gesegnete Zeit und ich hoffe, dass wir diese schwierige Zeit der Pandemie, die ja ein wenig geschwächt ist, aber dennoch nicht ganz überwältigt, dass wir diese Zeit überwinden können. Ich weiß, dass es Orte gibt wie Zentralafrika. In der Vorbereitungszeit hatte ich sehr lange Kontakte zu ihnen und durfte erfahren, wie schwierig sie es haben, wie begrenzt ihre Möglichkeiten sind, sich zu schützen. Wir können dankbar sein, dass es uns trotz der Pandemie gut gegangen ist. Und wir können helfen, dass auch Orte, die dieses Glück nicht hatten, vielleicht auch noch mal sich schützen können. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alemin.